Und wir haben noch einen schönen guten Tag, und dann sind wir am nächsten Tag. Und, ähm... Schon mal... Wir haben einen Besuch los. Ähm... Bei verschiedenen Hobbien. Und gleich nicht gerne, wenn ihr es für euch seht. Asche auf... Asche auf mein Hopp, wenn ich für euch zu sein. Ich muss mich über die Schellische von Sprüch zu sein. Jörri! Die hat mir leidt euch Sprüch zu sein. Der Falser kostet euch. Du passt... Du passt ja nicht. Wiii! Perfekt dran. Hedisch gesurrt. Gut, gut, hart, hart... Den passt auch wirklich perfekt heute an. Was ich immer am Gang zu stehen krieg und einer Leute, ja! Ah ja, mein Leben angel, mein Leben at my table. Mir ist auch gefallisch, ähm, in letzter Zeit uns relativ viel, ähm, Loss in Pain gelauscht, dass mir, es nahe auch um so weit, dass ich relativ viel Angel at my table lauscht drin, weil Angel at my table aus eben, wirklich die, äh, letzte bei der Gruppe, wo ich, auf meinem Channel habe, wo ich auch Musik, äh, auch mein echte offizielle Musik, wo ich benutzen durfte, weil ich Künstler gefroht habe, weil ich, äh, ich frage, Uro der Wanderwild eben, ähm, Video machen, Mattmusik, was immer cool ist, weil ganz am Anfang, wenn man sie guckt, schon nie Musik drauf geht, ähm, Künstler einfach nur froh und, äh, ah, kein Problem, ich bin, Mattmusik, 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 seit ich zu Hause bin, und dann, 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 der Freund, der ist ja Keks, äh, das hat nur ein schlecht gemeint, das hat mir die Freund sich da ganz einfach, ah, cool, hi, ähm, du, äh, du benutzt deine Musik, dann einfach eben da schreiben, ja, okay, die Musik ist von hinten, schon, schon ein bisschen anders gekriegt, dass, äh, eben da geschrieben habe, mein, äh, mein Ding, in das, all mein, mein Musik im Kanal von Angel at my table aus von Lucid, respektive, respektive, von, äh, von, ähm, von, äh, von, von, äh, Lost in Pain, schon kann es einfach so gemacht, weil ich, ich muss eben mir einfach so vorn tun, wann, und so machen. Dann, sag ich mal, ich muss, gucke, man gucke, man gucke, man gucke, man gucke, man gucke, das commence. Ne, schreibt, äh, Schrift, äh, schreibt, äh, Künstler einfachuck und auf Facebook, wande und, wann da gesagt, ok, ja, du, ähm, äh, an Male ... Ja du, wenn es wirklich einfach ist, ähm, ja ich weiss, da zählt halt der Aussprache mehr, ähm, geht einfach um die Konseigneur von ihnen, respektiv hier drinnen, äh, schreibt zu, ja, ähm, ähm, ja schon, äh, schon zum Beispiel den an dem Projekt, ähm, also machbar eben, äh, Musiker von erst zu holen für mein, äh, mein Projekt, ja oder nein? Und, äh, und in dem nächsten Fälle, wie gesagt, das ist recht spekulativ, wenn ich dann in dem nächsten Fälle, welches man nur erlebt hat, so, ja, kein Problem, mein Möderro ist geil, wenn man das Musikschreibt, schießt man, eben das, das ist von Neusers. Wow, cool. Weil das nämlich, ähm, nicht die Künstler, wo, wo da stehen an der Wehle. Nicht, dass mein Mäschens, Mäschens, Plakken, für mein, wo, 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 wo. Wie gesagt, wenn der Künstler sieht, okay du darfst, dann darfst du. Punkt. Ähm, ja, 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 ja. Wie gesagt, ganz viel, wenn der Künstler sieht, dann darfst du. Hm? So ne schmol, so schmol gelayert, anja. Oh, ähm, Redstone wird so auch gebaut So, das ist hier im Land, das ist wirklich relativ einfach, Zustimmung von den Künstlern zu kriegen Ich glaube persönlich, das ist vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich das zunehmen Ich bin einfach der Courage schon, auf Facebook schreibe ich gleich da nun Und wenn das Bild machen, ich habe nämlich gesehen, ich habe nämlich, ich habe nämlich gesehen, ich habe nämlich einen Dornen, ich weiß nicht, was du deine Gruppe cool fand Und dann sagt, ah ja, ich weiß nicht, schraube mir natürlich nicht, so wie das Bullshit von dem Zug vậy Nein, 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 nein... Was Bullshit! Einf... Näh, komm ich an das schon drauf! Kann man schneller... So... 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 schreift zu und dann äh... so einfach so, was man so aussetzt Maybe nicht können Sie nicht zuhören Annn... Was man tatsächlich ein bisschen ähnlicher zu sehen. Das ist ja für alle Künstler, die eben so einfach ähm... Das klingt, klingt gut nicht weiß. Und das... Manche Sachen so sagen, ich meine sie nicht weiß. Verschied, Leute, ich meine sie nicht weiß. Ähm... Ähm... Ich habe zwei, drei Konzerne gemacht, mehr im Ausland und hier. Ich kenne das ja alles. Schlimmisch für die Leute, die das tatsächlich wegspringen und das... ...machkriegen. Aber das ist immer nach Publikität. Auch für einen einfachen kleinen Kanal. Ähm... Egal, wer das ist. Ob die Beauty-Channelers, ob es ähm... Let's Play-Channelers... Egal, wen Channeler das ist. Wenn die so... Ja, cool ist. Ich will den Musik verwenden an meine Videos. Ähm... Die Künstler aus der letzten... Wo ihr seht... Oh, ne, Gott. Das will mal nicht. Der Künstler aus dem Weg stand die letzten... Wo ihr seht... Oh, ne, Gott. Ne, 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 lieber nicht. Sie haben nicht Erfahrung gemacht. Ähm... Ja, das fand ich cool. Und... Nachher. Hier blicken ich. Ab hier. Ab hier. Das. Cool. Ja, und äh... Ja, und äh... Das fand ich wirklich, dass ich... Eben hier am Land kann... Sehen und Leute auch durchschwätzen. Ich gehe gerne auf Konzern von... Eben... Ähm... Von Klötzebäuer... Unterbreten. Sofern Zeit dazu ist. Muss auch mal dabei sein. Und... Aber nicht zwei Termine. Genau. Lange de Nefale. Wo ich eigentlich... Schon in anderen Terminen... Äh... Vier geharrt hat. Aber... Und da könnte... Und da könnte... Und dann denkst du... Welch du hier kommst... Und dann kriegst du den Herbess... Aber während dem großen Stil kriegst du den Herbess... Und dann der könnte Bild Findier... terrible... Äh... Ja, und da... Dann könnte ich... Ja, mit... ... äh... Das ist ein Problem, weil in Europa die Musikstil nicht leuchtet wird. Ich leuchtet hier von Europa bis Europa. Es sind ja... Da sind eigentlich auf einen Musikstil fix festgelegt, als Metal, 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 Metal. Ähm... Tick, tick. Wenn wir ehrlich sind... Ähm... Uh... Angel at my table, also nicht Metal, oder? Aber Angel, das ist geil. So eine geile Musik. Ich habe mir gedacht, dass sie... ... abgehellen wurden. Was hat wirklich den Tribut für uns... ...da... ...da... ...der Gruppe eben kann auch so ein Hi. Merci, Merci, Merci. ... ... ... ... ... Äh, was? Ich mach mal den little monster da, du. Wo hat man da los? Ich geh mal rein. Einmal zu. Und rüberscheren. Ich hab mal noch ein Fakli gesetzt. Fakli gesetzt gegen die Ungläubigen. Oh, dreht die Bausen. Am Spiel, nicht in der Real-Life. Ja, und da gib ich zu und mit dem Donnerwäretter von mir geht es. Ich hoffe, du hast euch gefallen. Tschüssikowski an in Heaven.